Similiar Films, Funny Games. Ja, Funny Games ist der, den ich meinte. Mhm. Ja, Funny Games war, ja, Funny Games ist ein deutlich besserer Film. Zwei. Ich hätte der Box auch nur 3,6. Das war mir damals gut. Du auch. Kann Funny Games sagen, jetzt gibt es zwei Personen. Oh. Was ist... Was ist die andere Version? Die Österreich-Version und, ähm, die Hollywood-Version. Ah, da ist die. Von 97, die Österreich-Version, I guess. Und den fandst du schlecht eigentlich. Ja, aber auch ohne, dass man die Erde ist. Alright, folge mir. Crap, alle jetzt mit uns. Ja. Boah, das geht ja ab. Okay, wer dann jetzt wieder genauer ist. Die Leute silenzieren. Okay. Hier haben wir so ein Lab-Kiss hier. Oh, okay. Gucken wir da schon rein. Ja, kein Zalera. Okay. Ähm, eigentlich gehen wir am besten jetzt von hier weg. Hier ist ne Waffe. Oh mein Gott. Ja. Ja, kein Zalera. Ja, kein Zalera. Nein, 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 nein. Okay,онne, nein. Puck, hier sind wir schon. Oh jetzt kommt jemand Oh mein Gott Holy shit Eine Hache Ich bin runter Ich sehe dich Oh der steht hier links Der steht hier links Ich glaube Karl Reload Oh mein Gott Ja 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 das finde ich nicht auf mich schießen Ich bin direkt tot Da ist noch einer der ist übel slow halt Ich glaube der ist tot Ja ja ich bin lustig Meinst du der ist tot? Ja ich glaube der wurde von dem anderen gekillt Der da hochgegangen ist Nein Der ist tot Also es hat schon eben Einer direkt auf mich geschossen Ja ich glaube Einer hat Der ist direkt Der ist direkt Der ist direkt auf der andere Seite Oben drauf glaube ich Oben auf den Stein Wie hieß du den? Hier Er ist hier Let's go Let's go Gary Der ist hier Der ist hier Der ist hier